um auf dem Berg und sneaken ja das wäre wirklich das Einfachste gewesen und die haben Och nö nö sag jetzt nicht dass das wahr ist nee das glaube ich jetzt nicht wenn das jetzt ernsthaft wahr ist dann flipp ich aus sicher? Domse baut sich immer in Wände weißt du doch noch ja mach den Eingang auf Wurser hä ne das ist ein Lightning Bug das ist ein Lightning Bug gewesen nee aber Domse baut sich doch immer in Wände lass mich mal nachgucken nee das habe ich selber zugemacht gut aber ich will trotzdem gucken weil das ich will trotzdem gucken ja das wäre halt logisch für Domse ja ich kenne ihn mittlerweile auch ich war zwar zwar noch nie in seinem Team aber ich war auch noch nie in seinem Team aber trotzdem man kennt ihn halt schon man knall mir einfach die Tür in den Kopf ich gehe jetzt trotzdem wieder hoch und such den jetzt dann geh du hoch und such scheiße was haben wir hier eigentlich alles ich werde mal kurz das ganze Eisen brennen geil wäre auch aber da würde er auf die gleiche Idee kommen äh ein One on One Battle am Spawn also dass einer hinkommt einer gegen einen und dann kommt so weiß ich ja da müsste man zu dritt sein dass von hinten dann einer kommt und beide ihn angreifen oder um Pfeile von Weitem schießen nein ich ich gucke hier einfach mal ein bisschen ist ja nicht schlimm darf man ja weil auf meine Paras war bis jetzt immer Fallass ja so gut wie immer deswegen war ja auch damals auch in Staffel 2 einmal naja was heißt einmal ein bisschen öfters aber sie haben immer gestimmt ich finde die echt nicht ok also ich kenne Domse Domse ich dachte da steht jemand oh shit und was war's hast du es gehört nein was meinst du nein da gerade ist erstmal ein Creeper hochgegangen achso nein ich habe es nicht gehört ich bin auf dem Berg hoch und sah von Weitem komplett in Silber jemanden mit Bogen stehen das war ein Skelett ja aber wenn du am ersten Blick hinguckst siehst du nur den Bogen ja kommt ihr noch heute oder wir sind schon da vielleicht seid ihr zum falschen Spawntum gelaufen sehr witzig ihr seid nicht da oder wir haben einen zweiten gebaut ernsthaft jetzt ja da ist sogar Yannick seine TNT Kanone drauf kommt ihr jetzt zum richtigen oder zum falschen bitte bitte verarscht uns nicht wir sind am falschen glaube ich beziehungsweise ihr was wir haben uns einen neuen Spawn geworden ich glaube ihr seid am falschen also am alten wie sind denn die Koordinaten oder wir sind am falschen ich habe keine Ahnung die Koordinaten sind 0 ach 68 vom Spawntum ok falsch der Spawn ist 0,0 immer noch ne der war wirklich ich glaube der war wirklich 0,68 oder er steht bei 0,68 weißt du was einer geht mal hin und du bleibst hier ich geh mal kurz gucken ne ich komm einfach mit ähm ok aber halt hinten auch ne ne du du kommst nicht mit ich geh alleine ich will nur gucken von der Entfernung welche Richtung geht denn das äh in nein in in diese Richtung ok wir sehen uns ich will mitkommen nein du bleibst hier du bewachst hast du das Loch zugemacht äh nein das machst du du bist nämlich da dann gehen wir mal gucken ob Domse da wirklich ist weil wenn er da ist dann renne ich eh sofort wieder weg weil ich hab gerade gar keine Frage kommt der noch oder kommt der nicht ja wir sind wir sind auf dem Weg also wirklich jetzt oder fahrstöne es nicht ja wirklich jetzt wirklich jetzt sind wir wirklich auf dem Weg ok ok dann bleiben wir ok wir bleiben in der Nähe wir bleiben in der Nähe 0,68 ja die stehen bei 0,68 das brauchen wir aber wirklich 0,0 da bin ich mir sicher oder er meint 0,68 0 also Höhe 68 das kann aber auch sein guckst du den x oder den äh den y oder den z-Wert an äh ich hab keinen screenshot gemacht also x ist 0 und y ist y geht mir im scheißdreck an aber z ach so z oh du spielst nur Minecraft nimmst nur Minecraft auf und kapierst das immer noch nicht z also z müsste eigentlich auch irgendwas mit 0 oder so gewesen sein müsste gewesen ich lauf gerade in die Richtung also es war irgendwas mit 0,0 ja ja er rennt in er rennt in die Richtung es war bestimmt gut also da wo ich jetzt gerade bin ist z 100 und äh also bin ich wahrscheinlich auch 100 Blöcke vom Spawnturm entfernt oder vielleicht auch ein bisschen weniger aber es ist auf jeden Fall irgendwas zwischen 0 und 50 ich bin jetzt kurz vorm Schneegebet bin ich auch ach so ich bin jetzt kurz vorm Schneegebet ja ich bin fast da was sagen deine Koordinaten ähm minus 280 minus 270 ok jetzt hab ich einen screenshot gemacht ich glaub ich bau mir oben ein Haus hin auf dem Berg Wacht genau Dölith baut sich ein Wachthund die wissen ja höchstwahrscheinlich eh wo wir sind da meine Paras mich nie im Stich lassen im Stich lassen? eher ja eigentlich ja und dann macht es auf einmal Stich Stich wie Johnny damals rumgeschrien hat als wir da alle drei mit äh komplette äh Dia-Rüstung und Dia-Schwert ankamen aber Domsa hatte äh hier verzaubertes Dia-Schwert mit Fire-Esweckt äh 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 dann macht das Stich die Zalando-Werbung äh 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 da lang äh hier ist echt kein Typ nur ein Schwein äh äh dazu sag ich nichts was denn? ach nichts ich wollt grad wieder irgendwas mit dem Schwein nennen man bekleckert hab ich mich und also äh äh ne wie ging das? was? man hab ich mich vollgesaut äh und wie ne da ist der Spawn-Turm ich bin am Spawn und ich sehe nirgends wo Domse und ich bin auf X100 Z50 also Minus ja aber der wird ja in der Nähe sein treffen wir uns genau am Spawn-Turm also in der Mitte joa können wir machen seid ihr schon da? also ich bin in der Nähe und Dödel ist auch jetzt gleich da hm schau mal vor die kommen da jetzt wirklich hin uh der fliegt ein Tintenfisch durch die Gegend uh wo fliegen denn Tintenfisch? die gab's ja auch noch warte mal was so zur Hölle ist das weg ist er ist das ein Riesen-Creeper? hä? da hinten sehe ich irgendwas in der Entfernung sieht aus wie ein riesiger Creeper oh weia ich hab kein Optifine mit drin deswegen kann ich das nicht sehen ist ja scheiße wenn die jetzt kommen würden und weg ist der Tintenfisch ne da ist er wieder versuchen abzuschießen warte mal was hab ich ich hab genug Essen das heißt ich könnte wegrennen ich geh da jetzt einfach so hin ich guck mal einfach mal gucken was kann man schon verlieren außer die ganzen Diamantsachen und die Würde was für ne Würde und die Ehre was für ne Ehre so also wir sind da alles klar wir kommen auch gleich ich dachte ihr seid in der Nähe sind wir auch ja wie weit denn sag mal die Koordinaten ach da hallo scheiße ja hör auf zu schießen die sind ernsthaft da ja warte mal schießen wir mal einen Pfeil rüber soll ich hinkommen nein nein boah Treffer na gut ich renne weg einfach mal irgendwo ganz schnell weg hinter den Berg und dann ab in den Wald ich hab einmal irgendjemanden getroffen ich hab keine Ahnung empfehlen da kommen die echter hin die rennen da oder nur hinterher zu rennen ja schätze ich auch mal deswegen ich renne in den Wald und versuche die im Wald abzuhängen weil die sind die haben sind sehr weit weg jetzt dürfen die mich eigentlich schon nicht mehr sehen wo bist du hin wir haben die Ritt noch nicht gesehen ich bin noch da in der Nähe hinter dir jetzt rillt er sich einfach jetzt macht es Stich Stich okay ich backe im Boden wieso backe ich im Boden was hat Bomse gemacht dass ich jetzt im Boden backe du backe im Boden was backe denn ich backe Cupcakes Oreo Cupcakes hier ist ein Creeper hochgegangen okay und hier liegt Erfahrung okay wollen wir das wiederholen wir gehen jetzt nicht spawnen ihr kommt soll ich mitkommen verloren komm lass mich mal mit hin nein nein wir gehen wir gehen wieder zurück und machen das was wir machen ich hab ne Idee ihr geht minen wir gehen minen und das war's aber nur mein ist doch doof und ihr habt doch schon hier mein Schwerter ich hab Uden zum Blick ist Diamond das Beste hier nicht dass er mit Red Matter Schwerter rausrückt ja auf einmal hat er hier für sich nur Techit drinnen irgendwie auf dem Server gemacht dass man aber trotzdem drauf kommt und dann hat er sich für sich hier Red Matter andere Sachen hergestellt ja in einer Aufnahme Kondenser und alles das geht in einer Aufnahme sag ich dir du kriegst Red Matter ungefähr wenn du wirklich die genug Kohle hast nenn ich's mal das ist wirklich oh die fliegen da hinten Fisch ähm äh ja so ungefähr halbe Stunde bis du das erste Red Matter hast krass und ungefähr zehn Minuten wenn du wirklich meinen gehst je nachdem wie viel Glück du hast mit dem äh Diamanten finden hast du auch in zehn Minuten Kondenser das hab ich hab ich nämlich ausgetestet weil je nachdem wie groß die Diamantader ist sind ja meistens acht Stück also zwei bis acht und da kriegst du ganz schnell Kondenser zusammen äh na gut wo sind denn die Koordinaten mhm ich bin fast da dauert nicht mehr lange jo dann passt's ja ach ne das ist doch doof wir haben nicht mal Duelit gesehen wir wollen wenigstens Duelit sehen du hast uns dann mach dir dann mach dir einen Screenshot davon dann kannst du Duelit immer wie denn ich hab ihn noch nicht gesehen dann guck dir einen Part von uns an und mach dir dann einen Screenshot aber wir dürfen uns doch nicht die Parts anschauen dann guckst dir an nachdem das Battle vorbei ist da ist kalt ach man der arme Doms ja jetzt wird er ganz gemobbt aber dass du mich nicht siehst ich hab nur Sparrow gesehen ja aber wieso siehst du wieso siehst du mich nicht er stand hinter mir echt also war unsichtbar für mich oder schon mal was von Tränken gehört nja nja ein Unsichtbarkeits Trank ist gar nicht mal so schwer nja nja klar nja wozu muss ich jetzt hin ich glaube ich bin über mich glaub ich bin am Berg und ich glaube da hinten an dahinten ist Duelit hallo Duelit ist sie besser ich schieß mal nein du schießt der Headshot und den Tod hey hey hast du den ich ihn sehen ja der ist hier hallo hör auf mich zu schießen was der trifft der trifft der hat mich ernsthaft was getroffen ey du siehst gar nichts auf die Entfernung ja der kam hier unten an na warte wie tief ungefähr trifft ein bisschen höher ja der kam ein zwei Blöcke unter mir den triffst du jetzt na der landet ganz hinter auf einer Stelle komm schieß nochmal ach nö jetzt hab ich keine Lust dann schieß ich dich ja was ist denn ja ich hab keine Lust mehr ich will nicht zum Spawn ach ja komm zum Spawn bitte bitte nee nicht mehr jetzt ich hab jetzt die ganze Zeit gewartet dass mir hier irgendjemand entgegenkommt aber nö jetzt nicht mehr weißt du wie lange wir gewartet haben ich hab ne bessere Idee wir treffen uns an eurer Base die ich nebenbei gefunden hab können wir gerne machen ja naja kommt drauf an wenn noch eine da ist du weißt so Creeper und TNT ne nee weiß er nicht ist doch ein totaler Minecraft ich guck mir danach seine Parts an dann jetzt kommen die Paras wo zur Hölle bist du hin ja ich bin hier in den Berg ich hab meine Pfeile geholt ach da sollen wir mal anfangen dann zu planieren sollen wir das in der Wüste bauen ja lass mal in der Wüste bauen ja da kann man schneller planieren auch aber es sieht geiler aus wenn man halt in der Wüste auffällt stimmt so ein Ebenbild meines Penises eine Ritterburg ein Ebenbild nein okay wir könnten ja unser Gebilde nach einem riesigen Penis bauen na gut die ersten Tests meines naja die ersten Tests meiner Gebäude die ich so gebaut hatte also ich hab ja hier ein bisschen vorbereitet und ähm ja gut mit den zwei Türmen sah es ernsthaft so aus wie ein Penis nein jetzt ernsthaft wirklich? ja bist du in der Base? nein ich bin neben dir hi ich bin hinter dir hast geguckt ob der Lightning Bug ob der jetzt immer noch ist ja okay willst du machen oder ja wir müssten kurz runter ich muss mir nämlich Dings bauen wer ist Schaufel wer ist Sandstein? ich wär immer noch für Kabelsohn Kabelsohn sieht in der Wüste richtig geil aus ja fällt halt auf und ich möchte halt dass es auffällt na ich hol mir dann kurz die Sachen ja ich komm mit mhm so aber das Problem war die waren ernsthaft alle beide da ja mhm ach nee da sind die Sticks dann auch noch Flassersteine auch noch ein bisschen mhm ich hab keinen ach komm machen wir machen wir die einfach aus Kabelsohn die Werkzeuge ja ja ein bisschen Verschwendung wenn wir die jetzt aus wo ist überhaupt mein Eisen? ach da in der Truhe 41 wir haben 41 Eisen uuuh du hast die ganze Zeit mit einem Goldstück in der Hand rum ich weiß ich kann's ja natürlich noch besser machen also sollte die Gelenke nochmal zum Spawnen zukommen dann könnt ihr uns das gerne sagen wenn nicht dann gehen wir wieder ja also ihr könnt wieder gehen wir sind schon lange wieder weg wir sind schon lange an eurer Base wir können da mal hinkommen alles klar Döleth hör auf zu lügen bis gleich wir sind schon wieder weg ja stimmt wir haben schon alles ausgeräumt Döleth ja stimmt wir haben die Base in der Luft gejagt Döleth hör auf zu lügen nur so ein bisschen Angst machen bei dir merkt man aber dass das gefakt ist deswegen nein es ist nicht auch Então ich persönlich esHA